also wo geht es hin wo landen wir machen wir uns erstmal so eine kleine base irgendwo hoch zieht er denn so rüber hier geht es berg hoch das spürt man das spürt man und eine scharfe kurve sehe ich sofort was haben wir denn hier golden irgendwas das nichts ist das eine werkstatt das ist eine werkstatt mit einer kleinen tanke hier ist ein bisschen lecky warte da blitzt auch drin das ist der automat eine schaufel na klar meine schaufel auch schön gemacht gefällt mir gefällt mir gefällt perfekt nichts passiert alles in ordnung ich habe alles in kontrolle ja das ist der wagen würde ich fast schon sagen ja hat natürlich kein benzin drin das dauert ja das habe ich ganz vergessen ganz ehrlich ich würde sagen ich bleibe erst mal hier ich habe da eine garage wir gucken mal eben ganz kurz drin super dunkel aber ich komme von der garage aus rein habe sogar einen kohleautomaten am start mehr brauche ich ja erstmal gar nicht ich brauche ja noch nicht so viel platz und von hier aus den zieh an pick up und dann anziehen gleich ja und hier guck mal hat doch was zu bedeuten kokain ah nee das ist bandage ah ich sehe schon noch kokain du überall ein schraubendreher müssen nur irgendwie gucken wie ich licht hier rein kriege ja das ist mir echt zu dunkel irgendwie mit fackeln oder so nochmal eine säge am start munition kann ich das bett benutzen ja ich bleib hier ich bleib erstmal hier also ich würde ich würde echt sagen wir lagern erstmal alles hier auf entspannt auf ganz ganz entspannt vor allem kann ich den karren auch rein stellen mal hier so schön dann können wir den wagen nämlich fertig machen wenn der wagen fertig ist können wir mit dem abhauen irgendwo hin und sonst nehme ich erstmal spray can be kann ich damit das auto umlackieren paint can a b b lass mich doch mal rüber sei doch nicht so geizig was hast du denn hier drin eigentlich ja perfekt eine batterie oder nee auch nicht der hat gar nichts drin ja aber das freut mich lass mich mal reingucken was er im handschuhfach hat nee der hatte kein handschuhfach ne nee der hatte keins okay da brauchen wir noch einen reifen ich habe noch einen reifen hier aber der passt nicht ne ist ein anderer ja ist ein anderer aaaaaaah so zack packe ich den erstmal hin und saven ganz wichtig save the game save the game so moment ich muss nochmal einmal ganz kurz rüber wechseln so wunderbar haben wir das geklärt jetzt wäre es natürlich noch geil könnte ich das rollo tor äh das garagentor hier zu machen aber hier ist gar keins auch gut stark 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 nice propan hier ist noch was hier sind die kleinen betonblöcke den kann ich auch komplett zerlegen wenn ich einen hammer oder so am start habe ich hätte hier sogar einen see am start das ist ja mega ne wird aber auch ein bisschen dunkel das gefällt mir nicht so habe ich das richtig gesehen war das so ein auspuff wo ist es wo ist es hä shit das weiß ich jetzt nicht was ich da bekommen was ich mitgenommen habe irgendwie ist das verschwunden ah warte das ist nicht verschwunden das ist runtergefloppt es wird neblig ne oh ja es wird neblig wir gehen rein machen die tür erstmal zu weil ich bin überhaupt noch nicht ausgestattet ey das ist wirklich blöd mit dem licht ne vielleicht muss ich ja perfekt wir gehen rein und hier ist die tür noch auf die geht auch gar nicht zu geiles häuschen geiles häuschen absolut beschissen die geht aber zu dann mach die zu super so alright ausmachen ich würde sagen wir legen uns mal so Budi äh lässt du das Bett da herrje 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 rest ja mal so zwei stündchen wie spät haben wir wir haben dann hätten wir 12 Uhr dann müsste es wieder der Nebel vorbei sein richtig super klasse Bett super ist auch wieder so ein Flugbett äh so so und dann einmal drehen boah sperrig sperrig zack und dann steht es da so Munition nehme ich mit ne Cola der hat sowieso ein bisschen Durst deswegen einmal was trinken oh ja 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 shit 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 pack die Coins da erstmal rein wir bleiben ja erstmal hier weil wir können zumindest die Tür schon mal zumachen ne so ein Messer habe ich aber schon am Start was kam da nochmal für eine Munition rein Hunting Rifle Shotgun das hier die der der Vierer Schuss was auch was war das denn auch für vier ja laden wir schon mal rein falls jetzt gleich der Bär kommt schießen wir ihn direkt in den Kopf Loot all mit F da könnte ich auch einfach so die Sachen rein stellen ne aggressive Tür hier Bodenplank da ist mir einfach nur ein bisschen zu dunkel in den Häusern hier haben wir sogar noch einen Schlauch am Start ja ich würde das so machen also ich würde jetzt erstmal hier bleiben kann ich da etwas reinpacken ich war noch gar nicht auf der Seite ich komme da doch ich war schon auf der Seite aber irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit der Seite so hier haben wir nochmal Farbe 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 ne komm ich hier kriege ich nichts rein leider weil wir müssen ja auch ein bisschen was mitnehmen was ist das denn hier Vehicle das ist doch Offstream Elements grüß dich ja bist du auch schon wieder da bist du denn flott heute wieder unterwegs so hier haben wir nichts haben wir eigentlich hinten irgendwie einen Rucksack oder so leider auch nicht absoluter Luxuswagen gut 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 ähm glück 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 Ach so, die andere ist ja schon... Ja klar, ja klar, klar. Die andere ist weg, weil wir die in die Waffe gepackt haben schon. Natürlich. So. Ja, ja, ich mach das so. Ich nehm den kleinen Koffer und lass den Koffer erstmal hier. So. Die waren... Waren die komplett leer? Ja, fast. Hier das kleine bisschen. Das kann ich so mit rüberpacken. Weil, wir werden ja sicher den einen oder anderen Schrank noch mitnehmen. Ja, dreh in die falsche Richtung. Hallo. Der dreht immer nur noch... Ach, mit R, okay. So. Ich nehm die Kiste, nehm ich mit. Die Kiste nehm ich mit. Und die anderen lasse ich jetzt hier, weil wir werden, wie gesagt, noch ein paar Dinger... Ach man, warum geht das nicht? Blöd platziert hier. Ja. Es geht aber auch besser mit dem Positionieren, finde ich. Muss man sagen. So, dann haben wir nämlich hier noch Munition am Start. Noch ein paar Tücher. Packen wir alles rüber. Ein bisschen was zu essen nehme ich mir dann wieder mit. Ah, Hilfe. Bin full. So. Da hatten wir Hunting Rifle. Da haben wir Revolver, ja. Bandage nehme ich auf jeden Fall auch mit. So, und den Rest, den packe ich dann erstmal irgendwie... Ach, hier ist er auch noch full. 0,3, 0,75. So, was zu essen nehme ich mit. Ah, ist wieder unterschiedlicher Fall. Okay, packe ich dann hier so ein bisschen die Munition rein. Das können wir später noch alles richtig sortieren. Es geht jetzt nur darum, dass ich ein bisschen Platz schaffe. Erstmal. So, das würde ich gerne mitnehmen. Und jetzt habe ich... Huch, was war das denn? Jetzt habe ich hier nochmal Munition und zwar... Für die Waffe. Acht Schuss. Revolver, vier Schuss. Nice. Wegpacken. Ah ne, ja, lass draußen. Ist doch egal. Ist doch egal. So, kann ich auch rückwärts? Wunderbar, der kann rückwärts. Mega gut. Hauptsache, wir finden den Ort wieder. Wir folgen einfach... Wir gehen erstmal nur die Straße entlang. Huch. Bleiben jetzt erstmal nur auf der Straße. Sammeln dort alles ein. Und dann geht es weiter. Okay. Was ist das denn? Huch. Das kann ich sogar beanspruchen. Hat aber keine Garage. Das ist ja schon belastend. Was war das denn? Als hätte irgendjemand nach mir geschlagen. Finde ich ja nicht so stark. Das macht man nicht. Also ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal einmal das hier. Shelter Command. Make this your base. Falls wir nämlich drauf gehen. Haben wir nämlich hier einen guten Spot. Immer mal saven. Ganz, ganz wichtig. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das das Motel. Ich kam von der Seite. Das Motel, das habe ich schon mal erreicht. Da wollte ich eigentlich siedeln. Aber man sieht es, glaube ich. Das ist eine komplette Katastrophe, dort zu siedeln. Aber eine komplette Katastrophe. Also das habe ich schon gesehen, das Motel. Das Haus hier nicht. Gucken wir mal rein. Ja, es ist doch Mist. Ist das wirklich? Carry, 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 carry. Du kannst auch irgendwie mehr carryen. Und da habe ich einen Knopf. Warte, ich gucke, was das für ein Knopf ist. Ach, das ist eine Tür hier. Tür an Tür. Blöd gemacht. Wo ist die? Wo ist der Knopf? Hier. Passiert nichts. Ja, ganz ruhig bleiben. Das Messer lassen wir drin. Hä? Das war's? Was ist das? Ach so, ja, das ist dahinter. Hier ist die Toilette und der Wäschekorb. Der Wäschekorb ist am Start. Ist wie ein Horrorspiel jetzt hier so dunkel. Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist doch größer gewesen. Oh, jetzt wird es dunkel. Ich habe hier nur kein Bett drin, ne? Hä? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ah. Ah, mit, mit. Okay, und ich hätte Licht, oder was? Wie spät haben wir denn? Warte mal, wie sehe ich nochmal die Uhr? Ah, shit, wie sehe ich denn nochmal die Uhr? E? Hier. 13 Uhr, warum ist das denn so dunkel? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn los hier? Ich will da hoch. Da habe ich mir auch die größte Drecksbude jetzt ausgesucht von Alba. Also wirklich, die größte Drecksbude. Warum konnte ich das andere denn nicht beanspruchen? Wäre viel geiler. Ich verstehe es halt auch nicht, warum es so dunkel jetzt ist. Oder läuft das anders? Ist es jetzt abends? Ist es 1 Uhr nachts? Ja. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zurück und legen uns einmal hin, damit ich irgendetwas sehe. Denn die Taschenlampe ist gleich weg. Ey, weiß was? Nimm den Karren mal mit. Wo ist der Karren? Da ist der Karren. Ja. Rest mal eine Stunde. Nee, es ist dunkel. Das ist... Das weiß ich jetzt nicht. Also wir haben jetzt 15 Uhr. 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22, 23, 24, 25, äh 25 wahrscheinlich. Äh, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Wie gesagt, ich... Jetzt sieht es gerade ein bisschen heller wieder aus. Okay. Irgendwie keine Ahnung. War eine miese Wolke oder so. I don't know. Okay. Das ist eine blöde Tür. Ja, war eine ganz, ganz miese Wolke einfach nur. Ich versuche nämlich jetzt mal einen Benzinkanister zuerst zu bekommen. Damit wir das eine Haus da beleuchtet kriegen. Das wäre nämlich schon mal richtig, richtig stark. Und ich weiß, dass auf der Seite noch eine Tankstelle ist. Weiß aber nicht, ob da ein Benzinkanister steht. Naja, hier ist sie schon. Ich kam von hier. Warte. Ich kam von hier. Von hier kam ich. Da ist irgendwo mein Spot gewesen. Und hier muss man aufpassen. Hier laufen die Zombies auch einfach so rum. Da kennen die gar nichts drin. Die kommen da rausgeschossen aus dem blöden Motel. Das ist unglaublich. Bin hier so oft draufgegangen. Ja. Sag mal, hast du den Revolver gar nicht ausgerüstet, ne? Du bist ja mutig, ey. Na gut, wenn ich den carry hier. Wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal eine Tankstelle auf ganz entspannt. So. Da, guck mal. Nice. Eine Schutzweste. Falls die Zombies mal schießen. Ah, natürlich nicht die Zombies, aber... Die Bekloppten. Oh, ich bin mal gespannt, wo ich so die Teile finde, ne? Ja, nice. Schön, 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 schön. So. Shotgun Munition. Er hat ein bisschen Hunger, aber das reicht noch. Da komme ich noch mit hin. Ein bisschen Terpentine nehme ich auch mit. Falls ich mir gleich die Fackel bauen muss. Lag da irgendwas drauf auf dem Sitz? Habe ich das richtig gesehen? Na, habe ich falsch gesehen. Klar. Okay, und hier haben wir auch nichts. Gut, nimm mit das gute Stück. Ach, doch, warte mal. Ich hatte schon einen Benzinkanister. Die sehen jetzt anders aus. Die sind ein bisschen misslungen, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob hier einer steht, natürlich. Wahrscheinlich eher weniger. Ich höre einen Zombie. Ich weiß nicht, wofür diese einzelnen Vehicle Parts sind. Ob ich daraus ein Engine und so bauen muss? Das könnte natürlich sein. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo drin ist. Was denn? Was denn? Das gibt es doch nicht. Ich habe den doch ein paar Mal jetzt getroffen. Ach, guck mal. Den reicht Schatten. Schatten. Drop, damit ich ihn nicht vergesse. Vehicle Part. Jetzt ist die Batterie gleich sowieso weg. Ich wollte nur eben kurz gucken, ob hier noch einer drin ist. Kann ich alles nicht mitnehmen gerade. Und ich sehe auch ein Telefon. Filter. Propan Bottle. Ich weiß noch nicht, wofür die ist. Und ich sehe auch nirgends wo scheiß Benzinkanister. Boah, das wäre wichtig. Hier, den Schneemann. Den nehmen wir uns mit, ne? Für die Hütte dann irgendwann. Batterie verabschiedet sich gleich. Kann ich den Einkaufskorb mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Schade. Da ist der kleine Kasten für die ganzen Wasserflaschen. Äh, für die ganzen Flaschen. Nicht Wasserflaschen, sondern für die Flaschen. So. Was haben wir denn sonst noch? Ich bräuchte unbedingt einen Benzinkanister. Also das wäre schon stark. Weil es wird mir sonst alles viel zu dunkel hier. Da keine Ahnung, ob man da jemals reinkommt. Aber ich meine ja, weil hier Strom und dann geht es an. Ist auch Propan. Ja, schade, ne? Schade, schade, schade. Ist da eine Batterie drin? Ne, Install. Sieht immer danach aus und in Wirklichkeit ist da gar nichts. Auch schon reingeguckt? Tja. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020